War ja doch schon ein Stück. Seemotte wäre echt fantastisch. Ich schnapp mir dann gerade noch so einen ... oh man ... ach ja, Fischen ... uah ... ach Gott, kommt Klubschi, kommt noch ein Klubschi, oder? Na, bist du ... bist du deppert? Jetzt fange ich schon an mit dem Österreicher, das ich gar nicht kann, weil ich gar kein Österreicher bin. Nehmen wir einfach noch mal mit, machen wir uns hier was zu essen. Und Titan, was ist das? Ah, okay. Lass mal gucken, ist schon irgendwas ... ja, noch mal. Ja, Titan werden wir jetzt sehr viel brauchen. Persönliches Werkzeug ... äh ... Stase ... Schuhkanon ... Läserschnelle ... oah ... Mann ... Mhm ... hab ich ... Ne ... ne ... ne ... ne ... Alles in Ordnung. So, was ist das da? Ausrüstung, was Neues? Achso, ja. Mhm. 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 Schussanzug ... Habe ich doch alles. Tauchflasche und Tor habe ich auch. Ja, das geht immer. Geräte. Mhm. Ja, die habe ich schon. So, okay. Äh ... ne, warte. Da war da noch was. Und zwar Essen. Was ist hier noch? Äh, Titan barren brauchen wir noch nicht. Essen. Erst mal einen, oder? Den essen wir mal. Und gucken wie es dann aussieht. Hm, können wir grad noch einen machen. Gut. Nein. Raus. Und den gleich hinterher. Jawohl. Geht's uns gut. Und jetzt gucken wir mal genau, was wir für die Seemotte brauchen. Das machen wir von oben. Da ist er. Juhu. Platsch. Fahrzeug, Seemotte. Titan, Barren, Energiezelle, Glas, Blei, Schmierstoff. Energiezelle. Mhm. Titan, Barren, einmal. Energiezelle, Glas, Blei und Schmierstoff ist kein Problem. Äh, Energiezelle. Eine Energiezelle. Jetzt lass mal gucken, was brauchen wir für eine Energiezelle genau. Hallo? Ja, geht doch rein. Energiezelle. Zweimal Batterie und Silikon-Gummi. Haben wir. Okay, wir gehen das Zeug holen. So, wir fangen uns schnell noch ein Fischli. Dann suchen wir uns Südosten. Süd, Süd. Hey. Den Loch Fisch, den hatten wir doch nicht. Warum nicht? Äh, äh, äh. So, okay. Wann kommst du her? Na ja, egal. Die kann man nicht, oder? Doch, die kann man auch. Hm, komm. Essen geht immer. Jetzt gehen wir da rein. Welcome aboard, Captain. Wo sind die Batterien? Wo? Da sind die Batterien. Und das Silikon-Gummi, das ich jetzt nicht nehmen kann. Aber jetzt. Okay. Ja. Eine Energiezelle. So, ich bin mir jetzt nicht sicher. Titan Barren. Hatten wir schon gemacht. Ich kann das doch gerade mal ausblenden. Das brauchen wir eigentlich nur bei Erkundungen. So, äh. Titan Barren. Ja, sieh, die Kuhn-Gummi haben wir ein bisschen gemacht. Ach, genau. Zweimal Glas Barren war. Hatten wir hier Titan Barren? Wir hatten doch welche. Ja. Aha. Egal. Wo wir gerade benutzen. Zack. Titan. Barren. Danke. So, was jetzt noch fehlt, ist Schmierstoffe. So, wir gucken mal, was haben wir da. Was können auch weg? So, klar. Glas, Zitane, Waren, Dings, Pumms. Ja. Uns fehlen nur noch Schmierstoffe und wir haben jede Menge Platz. Schmierstoffe finden wir auf dem Weg. Boah. Ja, super. Finden wir auf dem Weg. So. Hau ab. Einmal noch da rein. Um die Schmierstoffe zu machen. Äh, Ressourcen. Schmierstoffe. Machen wir gerade dann nochmal. Jo, okay. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertan. Hallo. Na? Blei. Blei. Ich habe Blei vergessen. Aber zum Glück habe ich Blei. Blei. Dann gehen wir vielleicht hier irgendwo Blei. Na, das da ist eher Salz. Das können wir aber auch gebrauchen. Oh, ist er denn da? Ja, gut. Die haben wir schon, aber... Ne, komm. Die haben wir schon. Äh, ja. Leute, das ist doch nicht wahr, oder? Wobei, komm, damit wir uns nochmal ein bisschen Wasser machen können. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, das ist nicht wahr, oder? Geh bitte weg, danke, so, ja, so, nochmal, wir drehen uns um und fliegen Süd-Süd-West, da ist es doch, ich bin doof. Und das alles nur für Blei, wir machen uns noch ein bisschen Wasser. So, gucken wir nochmal, Wasser müssten wir eigentlich jetzt gleich hier machen können, nochmal. Ne, das fehlt. Ach, ja, okay, genau. So, und jetzt gleich. Blei. Hm, da wäre noch Salz für Wasser. Aber kein Blei. Blei. Und, ähm, ja, den können wir wegmachen. Ach so, beim ersten hier. Sehr schön. Und nochmal zurück. Wir bauen sie jetzt, die Seemutter. Wir bauen sie. Jetzt bauen wir sie. Die Seemoth ist ein schnellste, schauffer Schlauch, aber 기억 вспöози, das suited 건강 ist gut, die Aussagen und Indorfin-Level. Mhm, opse, wie war's? Wiss ich das? Ernsthaft? Ah, da gibt es Erweiterungen. So, wie lange hatten die jetzt Sauerstoff? Unbegrenzt? Seht ihr das? Oh, wie geil. Boah, ich bin jetzt gerade so ein bisschen, äh, bewältigt. Oh, ist das schön. Ah, ist das schön. Oh, ich, äh, kleinen Moment gerade. So. Ich weiß, was wir damit jetzt machen. Wisst ihr es auch? 320, 430. Äh, das ist das. Norden. Nein. Osten. Nochmal, wir müssen. 430. Südosten. Nein, das ist Südwesten. Ja. Ah. 320, 430. Oh, ist das schön. 320, 430. Und das sehe ich. Den Laser schneller brauche ich auch unbedingt. Okay, geht es weiter. Ich komme nur nach Westen. Nein, nur nach Süden. Ah, Moment. Die sind ja richtig. Was ist das für ein geiler Sound? Hier. Höhe 70. Hm, warte mal, wir haben. 320. 320. 430. 430. 430. 430. Tja, das könnt ihr vergessen. Warum nicht 320? Na, wo haben wir es denn? Also... Ja. Aber hier ist doch nichts. Wir steigen mal aus. Und gucken uns das Ganze an. Hier ist kein... Das erste Mal hat ja gut gestimmt, das zweite Mal gar nicht. Oder? Ja, Metallschrott, super. Dann machen wir das doch. Danke. Tja. 90 Meter. Moment. Es geht weiter runter los. Tja. 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 Tja.